so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gucken wir uns mal die tosch pyro 17 an nochmal neu so da ist sie auch schon ja ich hab das hier auch schon mal brav aufgemacht haben wir die batterie ich geh mal ein bisschen zurück also wie ihr seht unfassbar kleines teil was zumindest meine hand sieht immer noch ganz groß ist warte mal vielleicht wird euch jetzt die dimension bewusst so ist auf jeden fall umgelabelt von leslie oder original kommst von leslie und extra hier für tosch pyro gemacht wie gesagt job ist unten verlinkt die hat mich glaube ich 3 euro gekostet oder so hier seht ihr noch ein paar daten an der nehm hat das teil 70 gramm und die schießt so abwechselnd gold beziehungsweise silber weiden und blinker also ein ganz schönes teil und würde jetzt mal sagen gucken wir mal wie die so live ist bin gespannt auf das kleine teil bis gleich dazu nun der tosch pyro 17 so hier die wunderschöne tosch pyro 17 kann ich bin gespannt war auch wieder sehr günstig ja schönes teil